Du hast einen Server im Internet, den man auch schon erreichen kann, aber die Verbindung zu deinem Server ist nicht sicher. In diesem Video zeige ich dir, wie du unter anderem bei Ubuntu mit Apache sehr, sehr einfach dein eigenes HTTPS-Zertifikat bekommst und natürlich einrichtest. Bleib dran! Ja, für das Gesamte nutze ich ja einmal SetBot, das ist ein Open-Source-Projekt und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ihr braucht natürlich schon mal einen vorinstallierten Web-Server, den man halt einmal im Internet erreichen kann und dann können wir hier einmal My HTTP-Website is running under Apache on Ubuntu 18.04 in meinem Fall. Hier könnt ihr nochmal andere Sachen auswählen und dann kommen wir hier schon gleich zu einer Anleitung. Die ist jetzt etwas ausführlicher, als man braucht. Machen wir das Ganze doch. Am Anfang solltet ihr euch natürlich auf euren Server verbinden, per SSH am besten. Und als erstes müssen wir schauen, dass die Ports 80 und 443 auf eurem Web-Server frei sind. Das macht man mit, falls ihr die Firewall aktiviert habt, ufw-allow-80, wird wahrscheinlich bei euch schon so sein. Und einmal ganz wichtig, im Port 443, der ist für die HTTPS-Verbindung. Dann installieren wir doch mal das schöne Programm. Das ist ganz einfach. Dazu müssen wir ein Depository hinzufügen. Wir geben die Eingabetaste ein und nochmal die Eingabetaste. In meinem Fall hat er jetzt die Paketquellen schon aktualisiert. Ansonsten könnt ihr nochmal sudo apt-get-update eingeben. Nun geht es ans Installieren. In meinem Fall mit Apache 2 kommt CertBot da auch gleich mit einem Skript, was das eigentlich alles automatisch macht. Das sind einmal die Pakete CertBot und Python CertBot Apache. Diese installiere ich. Nun führen wir schon CertBot aus und konfigurieren das Ganze einmal mit unserem Apache-Zeichen. Also sudo CertBot-Apache. Das geben wir ein und am Anfang sollten wir eine E-Mail-Adresse eingeben, damit uns CertBot notfalls kontaktieren kann. In meinem Fall mache ich das jetzt mal. Dann sollten wir einmal die Terms of Service durchlesen. Das habe ich in meinem Fall schon gemacht. Ich gebe ein A und die Eingabetaste ein. Nun wird gefragt, ob unsere E-Mail-Adresse weiter verteilt werden soll. In meinem Fall möchte ich das nicht. Mache ich mit N und jetzt können wir unsere Domain eingeben, die das HTTPS-Zertifikat bekommen soll. Ich habe da persönlich Probleme mit mehreren Domains gleichzeitig gehabt. Also in meinem Fall www.server-genre.de und einmal auch nur server-genre.de. Allerdings habe ich das so nicht hinbekommen bzw. hat nie so richtig funktioniert. Ich mache das nur mit einer Domain und im Apache habe ich konfiguriert, dass man gleich auf die www.server-genre.de weitergeleitet wird, sodass man dann auch gleich automatisch die HTTPS-Verbindung nutzt. Ich gebe die Eingabetaste ein. Nun wird das SSL-Zertifikat generiert und gleich auch installiert und jetzt wird gefragt, wenn man die Seite per HTTP öffnet, ob man gleich auf HTTPS weitergeleitet werden will. In den meisten Fällen sollte man das machen. Ich gebe die Eingabetaste ein bzw. zuvor eine 2 und das wäre es schon gewesen. Das Zertifikat erneuert sich auch automatisch über einen Cron-Job. Braucht er euch eigentlich gar keine großen Gedanken mehr zu machen und dann probieren wir das Ganze doch einfach mal aus. So, ihr seht, wir haben hier einmal die Verbindung nicht sicher www.server-show.de und ich öffne einmal hier die HTTPS-Seite und was wir hier sehen, wir sehen hier ein richtiges Schloss. Die Verbindung ist sicher. Wir könnten uns auch nochmal das Zertifikat dazu anschauen und ja, das passt. Ihr habt auf eurem Web-Server nun automatisch eine funktionierende HTTPS-Verbindung. Falls ihr das am ersten Mal nicht so geschafft habt, wie zum Beispiel ich, könnt ihr einen neuen Versuch starten, indem ihr das Zertifikat wieder entfernt. Das macht ihr mit dem Befehl Certbot Delete und dann könnt ihr euer Zertifikat auswählen. Danach könnt ihr einmal sudo apt-perge-apache-2-Sternchen eingeben und sudo apt-perge-thirdbot dann auch nochmal sudo apt-auto-remove-perge eingeben und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann wieder vom Anfang an starten und einen neuen Versuch starten. War für mich jetzt das Einfachste. So einfach kann man mittlerweile seine Webseite auf HTTPS umstellen. Eigentlich eine richtig coole Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder nächste Woche. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende und ciao. Bis dahin, euch ein schönes Wochenende.